Hallo zusammen. Nächste Folge und zwar Praxisteil Posing. Ich habe bei mir die Karin. Und die Karin habe ich, wie das heutzutage ist, ich habe sie über das Internet kennengelernt. Also wir kannten es vorher nicht. Ich habe mich auf Facebook gemacht und die Karin hat sich gemeldet. Und mir war wichtig, dass jemand, die Karin hat keine Modelerfahrung, das ist kein Model per se. Ich wusste vorher auch nicht, wie sie aussieht. Ich wusste auch nicht, was sie anhat. Also ein ganz normales Shooting halt, wie man das so hat, quasi als privater Fotograf. Und was wir machen werden, ist eure Hausaufgaben, weil ich weiß, ihr habt das ja wieder nicht ordentlich gemacht, oder? Also für den Fall, dass du sie gemacht hast, brauchst du nicht weitergucken. Und wenn du sie nicht gemacht hast, dann mache ich das jetzt für dich und ich zeige dir quasi, wie das aussieht. Zwar filmt jetzt die FZ1000 und die werde ich jetzt nehmen, filmen und die Karin dazu bitten, so ein bisschen sich zu bewegen. Und dann werden wir sehen, wie das aussieht, was gut aussieht, was nicht gut aussieht. Nochmal ganz deutlich, ich mache keine Posen. Also ihr lernt jetzt nicht 37 Posen, weil es gibt das Buch Posen, Posen, Posen. Kauft das, wenn ihr 1000 Posen auswendig lernen wollt, sondern ich zeige euch die Grundsätze, die wir in den ersten Videos besprochen haben, heute praktisch an der Karin. Also, ich stelle mich jetzt in die Kamera, ich werde jetzt ein bisschen zoomen und sie sich, wie gesagt, bewegen lassen. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Schalten wir um. So, also, jetzt habe ich eben gelogen, eine Pose machen wir doch. Und zwar, ich bin jetzt mit der Panasonic auf Weitwinkel, 25 Millimeter, haben wir gelernt, machten wir eigentlich nicht, aber mal gucken, wie das aussieht. Und die ist jetzt ungefähr Kinnhöhe von mir, also so, wenn ich sie ganz normal halten würde, wie Anfänger das machen, mache ich das. Und danach wechseln wir ein bisschen mit Zoom und wir wechseln auch mal die Höhe. So, Karin, stell dich mal wirklich ganz normal frontal zu mir hin, Füße seitlich, Arme hängen lassen, genau. Das ist die eine Pose, die ihr bitte nie wieder macht, weil irgendwie unvorteilhaft, da könnt ihr eine Frau gar nicht hinstellen. Wir arbeiten jetzt mal ein bisschen daran. Ich arbeite mal jetzt nur mit der Karin und noch nicht mit dem Objektiv und so weiter, Position, das machen wir danach. So, Karin, und zwar, ich stelle mich mal ein bisschen so, dass ihr mich seht, weil ich mache das gut, mache das vor. So, Karin, stell dich mal leicht seitlich hin, einen Fuß zur Seite und einen nach vorne, genau. Das Gewicht aus dem hinteren Bein, das du den vorderen Fuß ein bisschen anwinkeln kannst. Dadurch kommt automatisch die Hüfte nach hinten, weil was jetzt passiert, wenn die Hüfte hinten ist, siehst du ein bisschen schlanker aus. Kannst du mal das Gewicht aus dem vorderen Bein bringen und dich nach vorne lehnen. Jetzt kommt automatisch die Hüfte nach vorne, das ist die Kamera, was nicht so vorteilhaft aussieht. Schnell zurück. Richtig nach hinten. Jetzt häng die Arme einfach so runter und was jetzt passiert ist, du bist quasi ein Klumpen, aber du hast keine Form, weil die Arme deine Formen verdecken. Was du jetzt machen kannst, ist die linke Hand vielleicht mal so ein bisschen an die Hüfte. Die Hüfte ruhig noch ein bisschen weiter rauskicken, nach hinten entsprechend, genau. Das vordere Bein, ich habe es nicht gesagt, aber autoschematisch gemacht, ein bisschen nach links. Ich stelle mich mal wieder in die Kamera, ob ich das sehe. Sehr gut. Genau, seht ihr, wie sich die Form verändert hat. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was mache ich mit ihrer rechten Hand und mit ihrem linken Arm, weil sie hat immer noch keine Form, dadurch, dass ihr Kleid halt hier diese Batman-Flügel hat, wenn ich das so sagen darf. Da müssen wir was anderes machen. Lass die Hand mal bitte wieder fallen. Weil die Schulter ist ja sexy per se, weil die so halb rausguckt. Und wenn du den Arm hochhebst, dann ist er einfach, das Ding, genau, das geht also nicht. Okay, das macht gar nichts. Dann pack doch die Hüfte, die Hand mal so ein bisschen aufs hintere Gesäß, vielleicht so ein bisschen so. Genau, dadurch kriegt sie ein bisschen Form, ich sehe die Schulter. Dreh dich mal ein bisschen mehr seitlich zu mir. Genau, so. Ich kriege die Form nicht richtig schlank. Und die, ja, den linken Arm mal nach vorne nehmen, vielleicht so ein bisschen so. Da ist jetzt ein Problem, genau, und die andere Hand einfach mal, spielt keine Rolle. Das ist eine klassische Pose, die nicht funktioniert, weil sie ein schwarzes Kleid anhat. Weil jetzt sehe ich den Arm nicht mehr, der Arm ist jetzt unsichtbar. Wenn sie was Graues anhätte oder was Helles oder was Zweifarbiges oder einen nackten Arm, würde das gehen. Seht ihr das? Ich sehe jetzt ihre schlanke Taille, sie hat ja wirklich eine gute Figur, ich sehe die Beine, alles, das ist gut. Aber der Oberkörper hat keinen Arm. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen gefangen, weil eben das Kleid mir jetzt eigentlich nicht erlaubt, ihr eine richtige Form zu geben. Egal, wie ich das mache. Lass mal den linken Arm fallen. Das ist das Beste, was ich machen kann, dadurch ist die schlanke Figur. Vielleicht den linken Arm so ein bisschen aufs Bein. So, genau. Seht ihr, jetzt haben wir so ein bisschen die Form. Und der rechte Arm hängt immer noch so ein bisschen komisch da rum. Den vielleicht einfach mal fallen lassen. Und nach hinten so ein bisschen, so, dass ich, genau, jetzt sehe ich den Arm nicht, was völlig okay ist. Wenn du dich jetzt leicht nach vorne legst. Voilà. Und jetzt haben wir einen ziemlich guten Form schon. Das vordere Bein ein ganz bisschen nach hinten bringen. Also ein bisschen mehr nach... Ja, genau. Sehr gut. Wenn Sie jetzt ein längeres Kleid dann hätte, so ein typisches Hochzeitskleid, würde sich jetzt ein richtiger Wespental hier ergeben. Also eine Sanduhr ergeben quasi. Jetzt sehe ich die Beine noch ein bisschen, drehe das vordere Knie mal leicht mehr auf. Mehr auf, mehr Knie mehr zu mir. Genau. Voilà. Seht ihr, jetzt ist die Hüfte breit. Es wird an den Knien enger und geht an den Füßen wieder zusammen. Und je nachdem, wie sie jetzt das Bein dreht, bewegt das Knie mal so ein bisschen, mal ein bisschen rumwackeln. Seht ihr das? Wie sich jetzt die Hüfte und diese Sanduhr sich verändert. Stopp. Seht ihr, jetzt sehe ich zum Beispiel ganz deutlich, wie schön schlanke Beine sie hat, gerade weil sie jetzt flache Sandalen anhat, aber den Fuß angewinkelt hat. Deswegen tragen Models ja Stöckelschuhe, wenn man die Waden sieht. Und jetzt sieht man das halt auch und man sieht nicht, dass sie gar keine Stöckelschuhe anhat. Okay, entspann dich mal. So, jetzt haben wir umgebaut. Die Kamera ist jetzt auf Kniehöhe, also wenn ich sie als Fotoberat halten würde, würde ich sitzen quasi. Das ist typischerweise, ganz Körperporträt mache ich typischerweise im Sitzen. Ihr seht, der Winkel ist ein ganz anderer. Dadurch sieht sie automatisch schon mal größer aus und damit automatisch schlanker, was Frauen meistens wollen. So, außerdem hat sie sich umgezogen. Jetzt sehen wir eigentlich nämlich genau das, was wir eben nicht sehen konnten mit dem Kleid. Jetzt steht sie wieder in der normalen Grundhaltung quasi, fast militärisch schon. Selbe Spiel eigentlich so. Aua, aua, aua. Selbe Spiel, so ein bisschen Karin. Leicht seitlich hinstellen. Und zwar mal ruhig die andere Seite, die Brustrichtung hell ist. Genau, sehr gut. Das vordere Bein, so, dass du wirklich das locker hast. Dass du da wirklich das Gewicht hinten hast. Hüfte also automatisch ein bisschen nach hinten. Oberkörper mehr zu mir drehen. Sehr gut. Die rechte Hand so auf die Hüfte. Seht ihr, jetzt hat sie die Figur plötzlich. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit der linken Hand? Mach die linke Hand bitte mal auf die Hüfte. Und jetzt haben wir so ein bisschen, sie verschwindet so ein bisschen. Wenn du dich jetzt ganz leicht drehst, die linke Schulter nach hinten. Genau, genau so. Seht ihr das, wie sie sich jetzt wandelt? Und es gibt da nicht richtig oder falsch. Was jetzt halt passiert, ihre Figur wird immer schlanker. Die Brust wird betont zum Beispiel, was man nicht zwingend will. In dem Fall ist das halt jetzt so. Dreh dich mal bitte wieder zurück. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Geht ruhig, ruhig. Ey, du siehst gut aus, Karin. Sehr gut. Okay, dreh dich mal bitte noch weiter. Du musst den Fuß mitnehmen, sonst kippst du irgendwann um. Genau, sehr gut. Jetzt steht sie quasi frontal zu mir. Die Hüfte ist aber noch ein bisschen gedreht. Dadurch ist automatisch Spannung im Core, was in der Regel gut ist. Und wenn du jetzt mal die rechte Hand fallen lässt, einfach fallen lassen, genau, dann hängt sie immer noch so, weil die Hüfte rausgedrückt ist, sehe ich immer noch diesen negativen Space quasi an ihrer Hüfte. Ich sehe immer noch die schlanke Figur. Bring mal das vordere Bein mal so richtig breit, dass du so breit beinig stehst. Das wäre jetzt so eher eine männliche Pose oder eine sehr, sehr starke Pose. Ich mache ja viele auch so Sportlerinnen. Für Sportler ist sowas teilweise noch gut. Gibt dir jetzt einen Bogen oder einen Sperr in die Hand oder sowas, wenn die Sperrwerfer ist oder Bogenschützend ist oder Gewichtheberin mit der Hand in der Hand, sieht es plötzlich sehr, sehr stark und mächtig aus. Das kann gut sein, muss nicht gut sein. Und das Bein wieder zurückbringst, bitte. Seht ihr den Unterschied? Jetzt stelle ich mal bitte frontal zu mir und das rechte Bein nach außen drehen und leicht anwinkeln, so auf die Fußspitze. Seht ihr, wie sich jetzt das Kleid weht? Das hat sich ein sehr breites Kleid. Wenn du dich jetzt mit dem Arm noch ein bisschen runterbeugst, genau, seht ihr, was da für Kurven plötzlich raps, für Kurven auftauchen. Bei Frauen will ich immer Kurven. Bei Männern eckig, bei Frauen will ich Kurven haben. Und damit kann man jetzt ein bisschen spielen. Immer daran denken, das, was nah an der Kamera ist, wird größer, wird betont. Wenn du dich mal bitte noch ein bisschen nach vorne beugst, je mehr es sich nach vorne beugt, die Brust wird betont. Irgendwann sieht es komisch aus. Aber man kann damit spielen. Bitte wieder aufrecht stehen, dass man das andere nochmal sieht. Sehr gut. Danke, entspann dich. So, nebenbei, ich sitze hier übrigens im Regen mit meiner nicht wasserdichten FZ-1000. Ich habe längstens das Schemen dabei und die Kamera ist nur ein bisschen feucht. So, also, selbes Spiel eigentlich so ein bisschen. Ich bin jetzt auf der FZ auf umgerechnet 70 Millimetern. Ich sitze auf der einer Straßenseite und ich hoffe, es kommen nicht so viele Autos. Reden wir nochmal ein bisschen über Sitzen. Das Problem bei Sitzen mit Kleid ist jetzt, ich möchte nicht hier unter den Rock gucken quasi. Trotzdem will ich irgendwie, ich achte drauf. Und Details schneide ich dann raus. Sorry, Jungs. Und gleichzeitig will ich natürlich, dass ihr ein bisschen Formen und Kurven kriegt. So. Wie zeige ich das am besten? So eine typische Model-Pose wäre halt, wenn du die Knie zusammenlässt und die Beine auseinander... Genau, so richtig so... Genau, so was, was eigentlich nur Frauen können. So richtig x-beinig. Das ist das Klassische. Und dann dich nach vorne neigen, die Schultern so richtig so zusammen, wenn das irgendwie geht. Genau, genau so. Das ist so ein Klassiker, was man häufig so... Ja, so in Frauenscheitschriften sieht, so Model-Model-Fotografen machen das irgendwie noch gerne, habe ich das Gefühl. Das sieht man häufig, so Fashion sieht man häufig. Was jetzt passiert, sie hat Form. Guck mal, ihre Schultern sind breit, die Hüfte ist schlank. Durch die Arme wird dein Blick gelenkt, quasi über die Arme bis zu den Füßen. Du wanderst, dein Blick wandert automatisch den ganzen Körper entlang. Und das will ich ja in der Regel. Ich will ja den Blick wandern lassen. Das Problem ist ein bisschen, wo soll er hin? Er soll irgendwo hängen bleiben. Dann müsste ich jetzt mit Licht arbeiten. Wenn ich jetzt noch einen Blitz dabei hätte, würde ich halt zum Beispiel das Gesicht heller machen als die Füße. Und dann würde ich halt dafür sorgen, dass dein Blick halt eben zum Gesicht wandert. Das kann ich jetzt mit Licht zusätzlich machen. Sehr gut. Kannst du dich mal seitlich hinsetzen, vielleicht mit dem Rücken so gegen die Wand lehnen? Genau. Selber. Ja. Man sitzt halt einfach so irgendwie auf der Parkbank und hat gar keine Form. Wenn ich jetzt Form haben will, das Problem ist jetzt, die Füße sind dichter an der Kamera, haben wir gelernt, sind größer. Wenn ich jetzt Schuhwerbung machen will, ist das gut. Will ich in dem Fall nicht. Also kannst du die Füße bitte hochnehmen, dass wirklich seitlich zu mir sitzt. Nee, ruhig, ruhig. Genau. Genau, 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 genau. So. Und wenn du jetzt die Beine ein bisschen mehr anwinkelst, genau. Und jetzt vielleicht unten den Rock so ein bisschen hochheben. Genau, so, dass man da nicht so reingucken kann. Genau, sehr gut. Jetzt sehe ich so ein bisschen Fleisch vom Oberschenkel, was grenzwertig ist, aber gerade noch dezent ist. Ich sehe die Waden. Wenn wir jetzt den Rock so ein bisschen bewegen, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Schienbein zeigst und dafür das ein bisschen über die Oberschenkel hängst. Nee, andersrum. Dass du genau so ein bisschen nach hinten ziehst und dafür an der Seite ein bisschen runter. Genau. Jetzt sehe ich da hinten nämlich nichts mehr, jetzt sehe ich aber ihre schönen, schlanken Waden. Guck mal, was sie für Waden hat. Sehr attraktiv. So, und jetzt seht ihr automatisch auch, das Licht fällt jetzt. Sie sitzt hier unter dem Dach und von der Straße kommt mehr Licht an, hinter ihr ist es dunkel. Der Blick fällt automatisch schon mal auf sie, ohne dass ich irgendwas mit Licht zaubere. Und ihr seht jetzt schon, guck mal, was sie für muskulöse Arme hat. Also man sieht ja wirklich so die durchtrainierten Arme. Man sieht, dass sie Sport macht, dass sie schlank ist. Und das ist eigentlich gut so, das will ich. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Kannst du mal die Arme so ein bisschen runternehmen und an den Körper randrücken. Was jetzt passiert, sie hat keine Form mehr drin. Und mit einem Bodybuilder will ich das, dann werden die Arme dick. Das will eine Frau meistens nicht. Und sie hat auch keine Form mehr drin. Dann nehmt ihr Arme bitte mal wieder nach vorne. Seht ihr, wie da jetzt Struktur auf den Arm kommt? Ohne, dass ihr irgendwas anspannet, ohne, dass ich da irgendwie gedorcht und burn gemacht habe oder sonst irgendwas. Automatisch, nur durch die Bewegung der Arme. Darauf achten. Das Licht kommt von schräg oben. Das heißt, alles, was ein bisschen weiter unten ist, hat Schatten. Und sobald ihre Arme dünn genug sind, um ein bisschen Struktur zu haben, kommt die hervor. Kannst du die Arme bitte durchdrücken? Richtig, richtig lang machen, durchdrücken. Seht ihr, jetzt hat sie richtig Trizeps, wie das vorkommt. Auch auf die Schulter kommen die Muskeln raus. Das kann man natürlich nur mit sportlichen Frauen machen. Ich habe dich gar nicht gefragt. Was machst du sportlich? Ich reite. Sie reitet. Sehr gut. Wir müssen nachher mal über Pferde reden. Sehr gut, entspann dich. Entspann dich. So, einen machen wir noch zum Abschluss. Und zwar so das typische gegen die Wand lehnen. Und zwar steht sie jetzt ja so ein bisschen unterm Dach. Das Licht kommt von vorne. Das will man in der Regel, habe ich eben schon gesagt. Achte mal drauf, die Säule neben mir ist von der Vorderseite sehr viel heller als die Wand hinter ihr, weil da weniger Licht hinkommt. Und damit kann man ein bisschen spielen. Ist nicht so richtig das Thema für heute, aber da vielleicht nebenbei so ein bisschen drauf achten. So, wenn du dich mal mit dem Rücken gegen die Wand lehnst, so, wenn sie sich einfach dagegen lehnt, ist wieder das Problem, sie hat keine Form. Wenn du jetzt mal das vordere Bein anwinkelst und so quasi so hinten gegen die Wand, geht das? Genau. Jetzt fangt sie an Form zu kriegen, aber es ist irgendwie ein Klumpen und dann sieht sie ganz komisch aus mit den Beinen, oder? Mach das mal bitte mit dem anderen Bein. Durch das Kleid, auch da ist jetzt quasi, sieht es ganz, ganz komisch aus. Kriegen wir das Kleid so ein bisschen, das Bein mal nicht so hoch, nicht so hoch, nur so ein bisschen angewinkelt das Bein und das Kleid so ein bisschen, genau. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen mit spielen, man kann ein bisschen Bein zeigen, mehr oder weniger Bein zeigen, das Kleid ist ja an der Seite geschlitzt, da kann man ein bisschen mit arbeiten. Kannst du das Bein ein bisschen runternehmen, nicht so hoch anwinkeln, genau sowas. Und jetzt hat sie da Form drinnen. Jetzt habe ich unten Form. Wenn du jetzt mal, versuch mal die Hüfte von der Wand wegzukriegen, so ein bisschen, dass da ein leerer Space entsteht, genau. Die Hände mal nach vorne, einfach vor die Hüfte. Jetzt sehen wir, dass sie Form am Rücken hat. Das angewinkelte Bein bitte mal wieder loslassen, einfach runter auf den Boden, beide Flüssen auf den Boden, genau. Auch jetzt sehen wir, schlanke Figur, wenn du jetzt mal die Hände an die Hüfte steckst, und jetzt sehen wir den Rücken quasi nicht mehr. Und es sieht komisch aus, weil sie so schräg gegen die Wand gelegt ist. Stell dich mal, wie du denkst, dass du sexy aussiehst. Da verlange ich wieder Sachen von dir. Okay. Jetzt würde sie schlank aussehen und sexy aussehen, wenn sie eine Hose an hätte. Das Problem ist, der Rock fällt jetzt gerade runter und ich sehe zwar die eine Hüfte gebeugt, aber sie sieht einfach schief aus und sehr breit. Sie hat keine Figur unten drin. Seht ihr das? Sie läuft da unten einfach breit aus. Schlanke Taille, aber dann läuft es da unten breit aus, weil der Rock einfach so gerade runterfällt. So. Die Füße werden per se eigentlich nicht so schlecht. Lehn dich mal nur so mit der Schulter gegen die Wand. So. Genau. Und jetzt nimm mal mit der rechten Hand den Rock und nimm den so ein bisschen vielleicht so nach hinten. Ohne jetzt, dass es gleich hochgerissen ist. So ein bisschen zähn. Wenn ich jetzt anfange, die Beine rauszuziehen und jetzt müsste ich fast, wenn ich mal kurz kommen darf, versuchen, das so ein bisschen nach hinten zu bringen. Genau, wenn du es nämlich mit der anderen Hand greifst, so ein bisschen. Ich bin mit der Kamera schon wieder am Reden. Wie wir da anfangen, eine Figur reinzukriegen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine Assistentin haben will, eine Visagistin oder so was haben will, die mit einer Wäscheklammer jetzt kommt von hinten und dann fängt das Kleid quasi festzustecken. Lehn dich mal bitte mal kurz das Auto durchlassen. Nein, kommt nicht. Lehn dich mal mit der Brust gegen die Säule. So mit den Armen so ein bisschen so. Das Kleid fallen lassen. So ein bisschen so, genau. Selbes Spiel so ein bisschen. Sobald sie so weit absteht wie jetzt, fällt das Kleid gerade runter, sie hat wieder keine Figur. Du musst mit den Füßen dichter rankommen. Genau. So so ein bisschen. Und jetzt den Hintern so ein bisschen rausstecken. Wie sieht das aus? Voila, jetzt haben wir das Schöne. Und jetzt so ein Trick. Pass mal auf, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier anfange, ich gehe mal wieder auf Zoom. Moment. So sieht es mir so komisch aus, aber wenn ich jetzt anfange rein zu zoomen, sorry, dass ich hier so, ja, da kann man ja auch mit der Position spielen. Und plötzlich sieht das ganz, ganz anders aus. Ja, wenn ich ein bisschen wieder rauszoome, hier ist das. Gerade so, wenn ich so diesen Bereich habe, äh, Moment, wo habe ich das so? Vielleicht so. So. Dann hat sie plötzlich wieder Form. Weil dann ist dieses Problem, dass der Rock runterfällt, ist eigentlich gar nicht mehr so doll da. Stell ich mir bitte nochmal ein bisschen frontal zu mir. Vielleicht so frontal zu mir, genau. So ein bisschen gegen die Säule, so ein bisschen so gegen die Säule gelehnt, so ein bisschen. Genau, genau, genau. Hand auf die Hüfte. Hand auf die Hüfte, die andere. Voila. Ja. Wieder das selbe Spiel. Äh, was wir jetzt gerne hätten, wäre halt, dass das unten zusammenläuft. Ich will immer diese Sanduhrfigur haben. Wieder einen Assistenten nehmen, den Rock einfach unten ein bisschen zusammenklippen und dann läuft der unten ja schmaler zusammen. Kannst du den mal bitte hinter dir so ein bisschen zusammennehmen, dass der, seht ihr, ich seh das, ich muss noch ein bisschen runtergehen. Seht ihr das? Jetzt hat sie die weibliche Hüfte und wird auch unten wieder schmaler. Welche Klammer in den Reihen und schon hat sie das. Also mit solchen Tricks spielen. Und jetzt versuch mal, die Hüfte noch ein bisschen nach hinten zu bringen. Geht das? Ja, die Hüfte wird kleiner. Kannst du die mal nach vorne bringen? Kannst du die zu mir bringen, die Hüfte? Nee, andersrum. Aber nach vorne. Und jetzt wieder nach hinten bitte, dass wir nicht das als letztes Bild haben. Seht ihr, wie die Hüfte breiter und schmaler wird? Das wäre, wie gesagt, die aller, allerwichtigste Lektion. Darauf achten, was dicht an der Kamera ist, wird groß. So, ich würde sagen, damit hören wir auf. Danke, du kannst dich entspannen. Darf ich mal kurz hier hin? Ja, klar. So, einmal noch ganz schnell im Schnelldurchgang. Bei Männern ist das alles, ich mache eine extra Folge zu Männern, aber, um das ganz kurz zu sagen, bei Männern ist sehr viel umgekehrt. Bei Männern will ich in der Regel breitbeinig stehen, selbstbewusst, stark. Jetzt sehe ich aus wie irgendwie so eine griechische Statue. Stellt nie eine Frau so hin, aber ein Mann ja. Ein Mann kann auch mal so hier stehen, eine Frau eher nicht. Beim Mann will ich eine breite Brust betonen, bei einer Frau will ich halt diese Kurven betonen, all diese Kleinigkeiten. So, ich hoffe, das war interessant. Wird spannend. In der nächsten Folge suche ich mir, wie gesagt, einen Mann und versuche mal einen Mann, den wir einen Mann darstellen wollen. Ich hoffe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.